Oh ne, ach schon wieder da Geheimdienstdaten. Hallo und herzlich willkommen zurück. Meiner neuen Folge von C&C, so weit I'm here in Wars. Ich muss auf meine Wäsche warten. Und da hab ich mir gedacht, spiele ich noch mal ne Runde. Fahr dir da mit alle? Habe ich genug Fahrzeuge? WMT wirst du planen? Ich frag mich nicht nur, wie der Plan ist. Junge, alter. Ich kann die Schwierigkeiten nicht einstellen. Ich weiß nicht warum. Einheit befördert. Los, los! Fahr da, da, da. Ah, hier ist auch noch einer rein. Und die passt theoretisch auch noch einer rein. Ich hab mal den Sound ein bisschen runtergedreht. Geh mal raus hier. Erwarten Befehle. Haltet die Waffen bereit. Geh mal da rein, da hier. So. Was ist das da hier? Hoffentlich Revaraturen. Einheit befördert. Näher an uns Ziel. Stattwarte-Revaraturen. Noch ein Rang. Haben wir noch was? Wir müssen ja alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ich kann, wie gesagt, die Schwierigkeit nicht einstellen. Unterwegs. Unerwähens. Ich baller die jetzt da raus. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Wir kommen. Komme. Wenn ich jetzt hier drauf schieße. Ah, die schmeißen Granaten da rein. Ah. Unterwegs. Feindliche Einheiten in sich. Naja, ist okay. Rein da. Näher an uns Ziel. Ciao. So, nächstes Gebäude. Hey. Wäffchen, Klärchen, Klärchen machen. Unterwegs. Da ist einer aus dem Fenster geflogen. Schön vorsichtig, schön vorsichtig. Effizient, effizient. Neutralisieren Sie alle Nordverbände in der Umgebung, um das Gebiet zu sichern. Ja. Mach ich. Okay. Ja. Ja. Ich muss im Prinzip eigentlich nur eine Granate in so ein Häuschen schmeißen. Bonus Ziel erreicht. Verstärkungen eingetroffen. Geil, Alter. Boah, hier müssen wir auch noch aufräumen. Zeigen wir es Ihnen. Verstärkungen bereit. Der Reit für Angriff. Äh, noch mehr davon. Even more, even more. Es kann losgehen. Es kann losgehen, habe ich gesagt. Waffe weg damit, mit der Scheiße. Wie jetzt? So. Raus mit euch. Raus mit den Fieschen aus den Häusern. Raus. Zeigen wir es Ihnen. Einfach mal sterben. Was werdet ihr denn davon? Ja. Dem Alter, Bäm. Du, Neko. Ja. Man ist ja he. Wir kommen. Raus. Kaputt mit der Kraftwerke. Einheit befördert. Ja. Oh. BMT erwartet Befehle. Ja, muss schon noch warten. Also ich habe den Sound ein bisschen runtergeredet, weil ich war ein bisschen zu leise. Beziehungsweise das Spiel war zu laut. Wo wollt ihr denn jetzt hin? BMT ist einsatzbereit, Sir. Danke. So. Mal gucken, was jetzt hier los ist. Haben wir jetzt alles kaputt gemacht hier von der Schweine? Da wollen wir mal den restlichen Schweine da weg machen. Hier unten vom Platz des Pendergons. Das sieht aus wie ein Pendergons. Aber was ist das denn? Da hat es nämlich da unten. Zeigen wir es Ihnen. Granate reingeschmissen. Ciao. Hey. Einheit befördert. Warten Sie zu machen. Ziel bestätigt. Alles kaputt machen. Nee, ein hat verloren. Das darf nicht sein. Wieder mit der Schweine. Alle fühlen, der Wut machen. Oh, hier ein Laserarschloch. Wollen wir hier gar nicht das machen, wa? Wollen wir hier gar nicht erst... Nee, 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 nee. So, ciao. Und Tata natürlich. Alter, die müssen abschützen. Ja. Nieder mit dem Schwein. Schon da. So, ich glaube, das war es jetzt gleich. Ich mache den das auch noch. Kraftwerksverstöre. Kraftwerkssterbi. Feuer. So, Leute. Haben wir noch irgendwelche Bonusziele zu erledigen? Näh. Aber da müsst ihr jetzt mal ein Stück zur Seite, weil ich glaube, wenn ihr euch da direkt nebenstellt... Und da fliegen die Granaten drauf. Oder Spaßi. Einsatzstil erreichen. Mission erfolgreich. Ja. Mission erfolgreich. Gute Arbeit, Commander. Sie haben das Pentagon gerettet. Aber leider ist die ganze Gegend hier noch in Gefahr. Oh, nee. Wir haben mehrere Krisengebiete an der ganzen Küste. Nach Zurückeroberung von Langley Air Force Base werden sie von nun an Luftwaffenunterstützung bekommen. Oder sie greifen Hampton Roads an. Denn Nott hat Truppen dort. Wenn wir die Basis zurückerobern, schneiden wir ihnen den Nachschub ab. Und sie hätten außerdem sofortigen Zugriff auf die MBTs. Wenn diese zwei Anlagen gesichert sind, konzentrieren sie sich auf den Rest von DC. Wir sind ja immer näher ran. So, weiter geht es. Ja, geil, habe ich alles erfüllt. Hier habe ich erfüllt, habe ich ein extra Badge bekommen und noch ein extra Badge. Hier alles erfüllt. Fertig. Was habe ich? Jetzt kann ich hier bestimmt gleich die Schwierigkeit einstellen. Soll ich nach Langley, zur Langley Air Force Base oder nach Hampton Roads? Erobern sie die Langley Air Force Base zurück, um die Lufthoheit zurück zu gewinnen. Infiltrieren sie den Hampton Roads Flot-Stützpunkt, unterbrechen sie die Versorgungslinien von Nott. Ich bin nach Langley. Nott konnte unsere Luftunterstützung ausschalten. Wir holen sie uns aber zurück. Am besten landen sie vom Wasser aus in der Nähe eines kleinen GDI-Vorpostens, der noch durchhält. Dort bereiten sie einen Angriff vor. Ich sorge für Marineunterstützung. Alles klar. Dann schick mal, die Marine. Was soll ich auf leicht machen? Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. Ich mache mal auf leicht. Okay, das ist ja jetzt schwer. Nott-Truppen haben alle wichtigen GDI-Landplattformen der Region überrannt. Sie haben daher Befehl, die Langley Air Force Base zurück zu erobern. Benutzen sie einen kleinen GDI-Vorposten an der Küste des Ausgangs... ...als Ausgangsbasis. Wir setzen ihn hier mit der Nähe ab. Sichern sie den Vorposten und nehmen sie unsere Landeplattform wieder ein. Bringen sie dann ein paar Orcas in die Luft und schlagen sie ihn dort zurück. Warum sind eigentlich die Orcas in der Luft? Hat sie noch Wale? Ach, die Mission. Verstärkung bereit. Empfang Nachricht. Diese GDI-Basis ist das letzte Widerstands-Nest in dem Gebiet. Bescheiden Sie die angreifenden Nott-Truppen aus, um sie zu übernehmen. Einheit wird angegriffen. Einheit bereit. Einheit für uns. Ach so. Ja, Sir. Angriff. Das sind einfach bleiben. Das sind meine Häuschen hier. Meine Base. Das sind meine Freundchen, die hier auf der Wale hat. Feuer. Ansatz-Ziel erreicht. Neue Bau-Optionen. Ja, verstanden, Sir. Geheimdienstdaten aktualisiert. Sammler wird angegriffen. Ich weiß. Jetzt nicht mehr. Gerne. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Das Oberkommando hat schnell reagiert. Hier lang, Männer. Bravo-Einheiten sind in der Stadt versprengt. Finden Sie sie. Bravo-Einheiten. Ihr seid ja bravo. Das ist richtig bravo. Es gibt noch zwei intakte Landeplattformen. Wenn wir sie zurückerobern, haben wir Luftunterstützung durch die Orca. Ah. Kommander, die Landeplattformen werden angegriffen. Retten Sie die wichtigsten Gebäude, so schnell es irgendwie geht. Ja, ich mach. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Nein. Ich muss mich doch verteidigen. Ja, aber... Ja, ja. Ich weiß, aber... Ich muss ja hier erstmal Leute holen. Ich hol mal ein paar. Wollt ihr euch vielleicht mal, äh, da um die Leute kümmern? Infanterie-Trupp bereit. Oh. Oh, shit. Melden uns zum Bind. Infanterie-Trupp bereit. Haltet die Waffe bereit. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Kriegt ihr den, äh, variiert da, die Packe? Infanterie-Trupp bereit. Ich brauche Verteidigung. Aber ich brauche... Infanterie-Trupp bereit. Oh, nee, Alter. Ich brauche Verteidigung. Melden uns zum Dienst. Klingeln uns dem Feind. 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 Ausrücken. Klingeln uns dem Feind. Wie, Schweine da. Was soll ich denn überhaupt machen jetzt? Scharschutz einbringen. Ziel wählen. Kann ich gar nicht. Grenadiertrupp bereit. Warchen da jetzt. Warchen da jetzt. Ich schmeiß die mal hier ab. Grenadiertrupp bereit. Alter, nee. Ja, Sir. Grenadiertruppe reit. Einheit bereit. Hier, nicht so sehr an den Dingen, Star, weil da tut weh. An Tiberium. Das ist sowieso bald kaputt. Grenadiertruppe reit. Was soll ich da machen? Was soll ich? Warte mal. Hey, da sind Geheimdienstinformationen. Retten Sie vier Scha... Retten Sie alle vier Schaerschützen des Brau-Teams. Da ist doch niemand. Und wo sind jetzt überhaupt meine Schaerschützen hin? Ziel wählen. Grenadiertruppe reit. Neues Bonus-Ziel. Ach so. In der Stadt westlich von Ihrer Position steht eine Raffinerie. Nehmen Sie sie ein, um Ihre Einkünfte und die zusätzlichen Ressourcen zu erhöhen. Ja. Ja, ja. Unzureichende Mittel. Oh, ja. Brauch ich wirklich. Grenadiertruppe reit. Trefft Porn. Geh mal da hoch. Ich will mal wissen, was da los ist. Ausrücken. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Boah, nur wegen der Tiberium-Fieke da. Was ist denn hier? Alter. Beide identifiziert. Bravo 1 meldet sich zum Dienst. Hier rein bitte. Brücke sichern. Brücke sichern. Ziel B. Nach zwei Bravo-Teams im Stadtgebiet, Commander. Ziel B. Äh? Äh? So, liebe Kinder. Töre. Wie ist unsere Position? Nehme neue Position ein. Nehme neue Position ein. Warte mal. Warte mal, warte mal. Moment mal. Moment mal. Wofür sind die? Hier geht's. Gottes Ziel, aber die entscheidende... Dicht von Scharfschützen. Oben sind schon mal die Scharfschützen. Das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Hier, schieß mal auf die. Wo ist das Scharfsch... Ah, hier. Was trinkt, wenn ich... Wenn ich die hier hinbringe? Oh, Leute, ne. Bleiben außer Sicht. Gegner in der Nähe. Ziel wählen. Ja, ja. Ihr müsst da mal hin. Ziel wählen. Oh, bleib mal stehen jetzt. Dann ballern wir mal drauf. Ja, hat ja nichts gebracht. Kannst du abschießen. Gegner in der Nähe. Nehmen neue Position ein. Roger, drücken jetzt vor. Scannen neues Gebiet. Wie ist unsere Position? Einheit bereit. Hier lang, Männer. Hier lang, Männer. Positiv. 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 Wieso einheit eigentlich verloren? Das verstehe ich nicht. Das ist halt hier denn bescheuert. Ne, ihr könnt da nicht hin. Wo ist mein Scharfschützenteam? Wo ist unser nächstes Ziel? Nehmen neue Position ein. Ah. Lalalalalala. Lalalalalala. Ziel wählen. Das was bringt? Ja. Bringt schon mal ein bisschen was. Ah, dat. Lalalalalala. So. Uh. Das muss ich reparieren. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. So. Das dauert jetzt hier alles ein bisschen. Weiii. Infanterie-Trupp bereit. Ja, ja. Ich baue neue. Ist egal. Ihr könnt ruhig mal hier runter. Hier, Runa, da, rum, da. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was drin. Grenadiertrupp bereit. Alles klar. Da. Beträgt die Kampfzonen in sich. Wer ist satt? Grenadiertrupp bereit. Ein Eintritt angegriffen. Raus aus dem Haus. Vorrücken. Da geht ein Trupp einsatzbereit. Raus aus dem Haus. Und da hinten. Ich wusste es. Jetzt laufen die da wieder. Ja, hier hinten. Feinden. Grenadiertrupp bereit. Noch ein Bravo im Stadtgebiet. Kommander. Raus. Raus. Ah, ich hab... Hä? Ich hab doch alle. Infanterie-Trupp bereit. Ich. Hä? Wie... Wie... Das verstehe ich nicht. Hier sind doch jetzt alle weg. Raus. Latscht ihr denn hier... Ja, was latscht ihr denn da jetzt durch? Raketentropp einsatzbereit. Ach, deswegen wahrscheinlich. Schön, einen von uns zu sehen. Bonus Ziel erreicht. Einheit verloren. Ziel werden. Einheit angegriffen. Geheimdienstdaten aktualisiert. Empfang der Eintritt. Nord kontrolliert das Gebiet mit einem großen Stützpunkt im Nordwesten. Unfassbar, was die da machen. Stützpunkt ist gut gegen Bodenangriffe gesichert. Ja, dann müssen wir mal was Fliegendes einschicken. Was macht ihr denn da? Geht da rein. Und er geht da rein. Wenn ich jetzt hier... Hä, hä, hä. Ich? Mit der Scheiße da. Nee. Ich brauche gleich... Abschützenteam bereit. Dort nisten wir uns ein. Da nisten wir uns mal ein. Was passiert eigentlich, wenn ich... Ich hier hinsetze. Ziel wählen. Feindliche Einheiten in sich. Und genau da drauf knalle. Infanteretropp bereit. Ich brauche jetzt aber mal einen Ingenieur hier. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Blab, bap. Einheit bereit. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Das ist aber so lustig. Der Ingenieur ist... Den erkennt man immer daran, dass er am langsamsten ist. Der hat keine militärische Ausbildung genossen. Schwein. Aber ich brauche mehr Geld. So, wie kriege ich denn jetzt da oben die Scheiße eingenommen? Ist egal, oder? In welcher Reihenfolge? Okay. Oh, man ist egal. Da kann ich in beide Richtungen machen. Das muss ich aber wahrscheinlich jetzt gleich verteidigen. Aber habe ich ja jetzt. Bodenunterstützung. Gebäude einnehmen. Alle verteilen. Auch hier. Gebäude wird gesichert. Wieder schön verteilen hier. Gebäude wird gesichert. Da passt noch was rein. Gebäude einnehmen. Nee, passt auch noch was rein. Gebäude wird gesichert. Ingenieur, Alter. Haus da jetzt. Wo ist er? Du musst was anderes machen. Ich habe, was ich brauche. Ja, du solltest eigentlich da rein. Das dauert mir wieder viel zu lange hier. Wir haben keine Chance. Gebäude eingenommen. Bonus Ziel erreicht. Ja, Sir. So, Leute. Ah, jetzt haben wir hier die Scheiße da eingenommen. Was ist passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit den restlichen hier rannehme? Gebäude sichern. Das wird eine Aktion. Wir treten Kampfzone. Ich muss hier in ein Gebäude. Gebäude wird gesichert. Gebäude sichern. Ja, Sir. Wir halten die Stellung. Nee. Ja. Gebäude wird gesichert. Und hier rein. Gebäude einnehmen. Alle vier. Fünf. Das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Das schaffen die nicht. Marschbefehl bestätigt. Ein Held für Anvisieren. Feuer frei. Ziel anvisieren. Schieß, Leute. Schieß. Ziel anvisieren. Ja. Bäh. Machst du alle tot. Deine Held befördert. Da ist noch einer. Hin und her. Noch einer. Die trauen sich hier. Was? Ach, Scheiße. Dann geht hier mal da rein. Ich glaube, die kommen immer wieder da raus. Das sind die Tunnel. Aber ist egal. Was wollte ich denn jetzt? Ja, stimmt. Die brauche ich. Davon brauche ich ein paar. Ich baue mal 10. Das war ganz gut. Und von der Grenadier-Drupps. Ich habe hier eine Kohle zum Scheißen. Wieso wird denn jetzt der Sammler angegriffen? Wieso wird da jetzt der Sammler angegriffen? WMT Einsatz bereit. Ich fassert alles nicht. Das sind nur die Grenadier-Drupps. WMT Einsatz bereit. Wir sind keine Raketen-Drupps. Drupps. WMT Einsatz bereit. Aufgepasst. WMT Einsatz bereit. WMT Einsatz bereit. WMT Einsatz bereit. WMT Einsatz bereit. Jetzt kommen die mit der Scheiße. Ja, ja, ja. Weg, 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 weg. Ja, ist gut. Ist das schon mal drin? Ist das auch drin? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Verstanden, Commander. Raketentrupp, aufgepasst, aufgepasst. Da ist er nichts. So wollte ich die Aufteilung eigentlich nicht machen, aber naja. So, eins. Ja, ich weiß, da da jemand angegriffen wird. Zeigen wir sie. Sammler wird angegriffen. Ich finde, jetzt war der Leben. Schneller fahren dahin. Wie lange brauchen die, Alter? Dann ist der Sammler im Arsch. Tja. Ich glaube, das hätte gereicht, wenn ich da die Renatiertrupps drin gehabt hätte. Na ja. So, jetzt gibt es den Fratzengeballer hier. Mal gucken, hoffentlich. Aber wir sind ja gut gegen die Bodenziele, wenn es sich hat. Wir kommen. Wir kommen unterwegs. Wo? Wo denn? Ah. Wie eine Einheit. Oh, ne. So, Leute. Lass mich über. Über weg. Entfüllen da Raketschen drauf. Feuer! Zum Angriff! Initialisiere Video-Ablink. Die Landeplattform ist gesichert, Commander. Geil. Jetzt schicken wir ihnen die Orcas. Ich brauche Kraftwerke. Nehmen Sie sie ruhig in Anspruch und schalten Sie diesen Not-stützpunkt aus. Danke für den Landeplatz, Commander. Wir hatten fast kein Kerosin mehr. Skogeschwader. Wollen wir den Kommand, die die Plattform zu räumen? Geheimdienstdaten aktualisieren. Mhm, Geheimdienstdaten. Transport anfordern. Will ich aber gar nicht. Ich will einfach nur das Ding da hinplätten. Kosten ja eigentlich Geld? Maja. Commander, durch Sicherung der Landeplattform stehen uns jetzt Transporter zur Verfügung. Das bedeutet, dass Ihre Infanteristen und die meisten Ihrer Fahrzeuge ab sofort die mögliche Brauche ich aber nicht. Box-Transporter. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Das ist schön. Zum Angriff! Das ist eigentlich ziemlich intelligent. Oh, was? Na gut. Äh, die sind gut gegen die Bodenscheiße da gesichert. Ich kann aber mal da hinfahren. Feindliche Einheiten in sich. Ne, zurück. Hier ist Schweine. Feindlicher Stützbogen in sich. Feuer! Immer schön hier auf die Dinger da. Macht ihn fertig! Ab auf. Genau da drauf. Hier müsste Vorhut sein. Scheiße. Das wird nix. Aus dem Boden! Sammler mit Ihnen! Sammler wird schon wieder angegriffen. Ausbildung. Jetzt kommen sie runter. Ausbildung. Immer schön hier auf die Scheiße da schießen. Äh, 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 äh. Sammler wird angegriffen. Oh Mann, oh. BMT einsatzbereit. Die Nerven. Sie haben keine Chance. Sammler ist bei uns weg. BMT einsatzbereit. Grenadiertruppe reit. Los, los! BMT einsatzbereit. Grenadiertruppe reit. Grenadiertruppe. Sind unterwegs. BMT einsatzbereit. Die sind schneller fertig als, äh, Sammler wird angegriffen. Grenadiertruppe reit. Gott, Alter, könnt ihr euch nicht verteidigen. Wir sind einsatzbereit. Sammler verloben. Nee. Grenadiertruppe reit. BMT einsatzbereit. Los, los! Das ist halt eine Wichse da, aber ich, weißt du was? Grenadiertruppe reit. BMT einsatzbereit. 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 Ja, ist egal. Schneller. So. Ich muss den letzten Sammler verteidigen, sonst habe ich keine Kohle mehr. Sammler wird angegriffen. Sehr bereit für Angriff. Einheit befördert. Hocker-Einheit. Schön von hinten angreifen. Hanke hier stimmt nicht in sich. Hier hinten Energieklam, Energieklam liegen. Ha, 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 ihr habt da noch was? Energie ist ja immer noch da. Ist Energie noch da? Woher haben die denn die Energie für die Kacke da, die da rumsteht? Das will mir nicht in der Birne. Und ich hab keine Energie. Ich brauch aber eigentlich die Gang... Die Orca. Die brauch ich gar nicht. Alles egal. Ja, Mann. Oh, machen wir das einfach mal so. Was ist da da? Im Puls geht... Jetzt kann ich die anderen... Die sehen mich nicht. So, Leute. Jetzt könnt ihr zurückfliegen. Ach, woher sie fliegt? Nämlich, Leute. Dann kann ich jetzt gleich die mitnehmen. Dann ist Feierabend da oben. Oder? Kann ich doch, oder? Kanal ist offen. Warte mal, haben die da oben noch ne Flugscheiße? Nö. Ich kann da nix mehr gucken. Kommandeur? So, wir haben ihn gleich, Leute. Wir haben ihn gleich. Dann ist die Folge vorbei. Ich flueh, ich auch nicht lange Meilen. Ja, da... Ist in Ordnung. Bitte hierhin kommen. Bip, 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 bip. Die Passata? Oh, nee. Oh, nee. Bip, wie ist der Plan? Unterwegs. Ihr blöden Schweine. Haltet durch. Nähern uns Ziel. Brennt auch einer. Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance. Alles klar. Granaten bereit? Alles schön abgezählt hier. BMT erwartet Befehle. Die hier gehen wir noch auf den Sack. Ach, das sind Vögelchen. Äh... Oh, nein. Das ist fast kaputt. Das ist fast kaputt. Ich mach mal was. Ich muss den Luftraum sichern. Waffen klar machen. Ihr könnt jetzt weiterleben hier. Immer schön auf die. Die anderen sind ja jetzt schlimm. So. Fliehst du mal zurück? Fliegt ihr mal zurück? Nicht nur zum Nachladen, sondern auch für einen anderen Wichs zum Reparieren. Feindliche Einheiten in sich. Alter. Jetzt kommen die Schuhe. Ach, die kommen ja sowieso mal. So. Jetzt nehmen wir nämlich für jeden... Wie jetzt? Ach, ne. Ich kann... WMT, wie ist der Plan? Hast du genug? LZ bestätigt. Nicht für alle. Oder? Ne. Einer fehlt. Feindliche Einheiten in sich. Auf uns ist Verlass. Sind unterwegs. Einheit wird angegriffen. Wir haben Kontakt, Sir. Unsere Basis wird angegriffen. Macht sie fertig. Alter. Bereit für Angriff. Warum macht ihr denn nix? Verdammt. Schreie. Schreie. Oder einsatzbereit. Zur Basis. Einheit befördert. So, Leute. Und jetzt ist hier das hier drei. Dann machen wir nämlich die zwei. Die zwei und die drei. Ich brauche nur Exkord. Exkord. Dürfen wir mich nur nicht sehen. Oh, die schmeißen schon da oben raus. Alter, geil. Ihr sollt das kaputt machen. Verstanden. Orca ist unterwegs. Soll ich was mitnehmen? Schmeiß mal eine Granaten runter da. Abladen, Leute. Nicht alle abschmeißen. Wie lange dauert das denn? Ja, meh. Runter. Na, egal. War auch da nett. Ah, 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 ah. 25 Minuten. Okay, Alter. Alter. Alles klar, Leute. Ich habe auch schwer gespielt. Das war nicht leicht. Ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn er wieder heißt, C-U-C. Drei. Tiberium war es nicht. Achso, ja, hier. So, Langley haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir den Hampton Roads. Hampton Roads ist auch ein kritisches Zielkommander. Als Not den Hafen einnahm, schnitten sie nicht nur unsere Nachschub ab. Sie haben sich auch verstärken können. Sie sollten den Stützpunkt infiltrieren, das Radar deaktivieren und die Truppen ausschalten. Wir stellen ihnen unsere besten Kommandos zur Verfügung. Nee, bin nett. Alles klar. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Nee.